Da kommt so ein Nachsatz. Wir Männer, wir Männer sind einfach gestreckt. Wenn ihr Frauen oft genug sagt, es ist nix, dann glaubt ihr irgendwann, okay, es ist nix. Ja, das so sind Männer. Wir wissen wohl nicht reden. Dieses Nichts braut sich über dir zusammen. Wie die unendliche Geschichte. Ihr Frauen, ihr seid Gollums! Ihr seid Herr der Ringe! Es ist die Scheiße! Fehlen nur noch die Orks! Nur manchmal seid ihr Hobbits! Ich leck mich am Arsch! Ich hab dann gemerkt, die Rache. Zwei Tage später, ich komm her und riech sofort, es stimmt, was denn dort gebrochen nach nassem Hund. Und was kommt aus dem Wohnzimmer auf mich zu? Ein nass Hund! Ich so, Waldron, was ist das? Sagt sie, es ist der Wotan! Hundele! Hundele! Das war riesig! Hundele! Ein Tierheim, der wäre so ungeliebt gewesen, den hab ich mit Helm genommen. Mit Helm genommen? Dann ist mir selbst aufgefallen, kombiniert mal mit Monen. Wotan heißt er, ungeliebt ist er. Und so, der hat so kurz geschorene, ich sag's jetzt mal für die Münchner, Haare gehabt. Ja! Was, ein Waldraub? Ja, ja, vorgehabt. Das ist ein Nazi! 100%! 100%! Sagt die Waldraub? Nee! Der Hund nicht unbedingt! Aber der verstorbene Vorbesitzer, das wäre so ein Nazi gewesen! Aha! Also Waldraub! Wie heißt denn das Tier? Heim ins Reich? Ja, Mann! So wie sich die Nazis immer in Deutschland breit machen. So der Hund ist bei uns dahin gemacht. Ständig unterfresse, aber nix schaffe. Der lag länger vom Kühlschrank, als die Armee damals vor Stalingrad. Das ist ein anderer Stegge, he? Guck noch schlimmer. Ich guck auf den Fernsehen, denk an nix. Was? Fremur rennt der Quotan auf mich zu. Waldraub saßen der Eck mit Blähung gehabt. Nee, warte mal, jetzt hab ich ein paar Frauen kichern gekriegt. Nee, 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 nee. Ich mach gleich weiter mit der Geschichte. Aber das machst du mal kurz. Ich mach kurze Ausfahrt, weil das muss ich jetzt loswerden. Eier mit Haaren, wenn ich ... Die rebuild hat ohne Frau zu tun, wenn ich nicht nisch was.